Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo und zwar werde ich heute im Belsingswesen morgen an Silvester um 0.15 Uhr einen kleinen Livestream veranstalten und der wird Neujahrs-Livestream heißen, einfach so aufs Fun. Ich weiß nicht, viele werden da sein, weil sie wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, feiern gehen oder so, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Zuhause mit seiner Familie anstoßen reicht eigentlich, deswegen werde ich einen Livestream machen, während ich Lebkuchentorte esse und von meiner Mutter gemacht, extrem lecker, glaubt mir. Gut, ja, ein kleiner Livestream heute, also heute, beziehungsweise am 1. Januar 0.15 Uhr morgens und ich hoffe, ihr seid dabei. Der Livestream ist in weniger als zwölf Stunden, bis dahin. Viel Spaß und tschüss.